In diesem Grammatik-Video geht es um den Akkusativ, den vierten Fall. Ich erkläre dir, woran du ihn erkennst, zeige dir Beispiele und habe eine kleine Übung vorbereitet. Was versteht man unter dem Akkusativ? Wie gesagt, es ist der vierte Fall und man nennt ihn auch Wen-oder-Was-Fall, weil man mit Wen-oder-Was danach fragt. Die meisten Satzobjekte stehen im Akkusativ. Wen mag ich? Den Vater, die Mutter, das Kind. Er folgt bestimmten Präpositionen, zum Beispiel durch, ohne, um und bestimmten Verben, zum Beispiel aufräumen, vergessen und vielen anderen. Dazu aber noch mehr. Wie erkennst du den Akkusativ? In diesem Satz, die Katze ärgert die Nachbarskinder, fragst du mit Wen-oder-Was. Die Katze ärgert Wen-oder-Was. Wen-oder-Was ärgert die Katze? Die Nachbarskinder, das ist dein Akkusativobjekt. Die Katze liebt den alten Käse. Wen-oder-Was liebt die Katze? Den alten Käse. Mit Wen fragst du nach Personen und mit Was nach Dingen, deshalb heißt es Wen-oder-Was. Der Akkusativ folgt bestimmten Präpositionen, zum Beispiel bis, vor, durch, gegen, ich kämpfe, gegen, einen starken Mann, gegen wen oder was kämpfe ich. Und manchmal auch nach diesen Präpositionen, die können aber auch den Dativ verlangen. Ohne meine Eltern fahre ich nicht in Urlaub. Ohne wen oder was fahre ich nicht in Urlaub? Meine Eltern. Die Lehrerin wartet auf ihre Schüler. Auf wen wartet die Lehrerin? Auf ihre Schüler. Noch mehr Beispiele für den Akkusativ. Im Tennis spielt das blaue Team gegen das rote Team. Gegen wen spielt das blaue Team? Das rote Team. Corona betrifft alte und junge Menschen. Wen-oder-Was betrifft Corona? Alte und junge Menschen. Jeder Satz hat ein Prädikat und ein Subjekt. Das steht übrigens immer im Nominativ. Aber nicht jeder Satz hat auch ein Akkusativ-Objekt. Der Kater schläft. Der Kater ist das Subjekt. Schläft ist das Prädikat. Und damit ist der Satz zu Ende. Er ist vollständig und er hat kein Objekt. Im nächsten Satz. Diese Katze liebt ihr Zuhause. Haben wir wieder ein Subjekt. Diese Katze ein Prädikat liebt. Und sie liebt wen oder was? Ihr Zuhause. Hier ist ein Akkusativ-Objekt. Und im dritten Satz. Diese Katze gehört der Nachbarin. Diese Katze ist das Subjekt. Gehört ist das Prädikat. Aber wem gehört sie? Der Nachbarin. Das ist ein Dativ-Objekt. Wenn du nach einem Satzteil mit wen oder was fragen kannst, dann ist es ein Akkusativ-Objekt. Opa liebt das rote Kissen. Wen oder was liebt Opa? Das rote Kissen. Meine Großmutter verkauft das Haus. Das alte Haus. Wen oder was verkauft meine Großmutter? Das alte Haus. Und ein drittes Beispiel. Jasmin bewundert Jessica. Wen bewundert Jasmin? Jessica. Der Akkusativ, also das Akkusativ-Objekt, wird oft genutzt. Es gibt viele Verben, die den Akkusativ verlangen. Ich habe euch einen Download vorbereitet. Da stehen ganz viele von diesen Verben drauf. Der Link dazu, der steht unten unter der Videobeschreibung. Unterstreiche jetzt jeweils den Akkusativ, also das Akkusativ-Objekt. In der Nacht sehe ich den Mond. Mein Herz verschenke ich an Elli. Diese E-Mail geht an Papa. Den Baum kann ich von meinem Fenster aus sehen. Wen sehe ich in der Nacht? Den Mond. An wen verschenke ich mein Herz? An Elli. An wen geht diese E-Mail? An Papa. Und wen kann ich von meinem Fenster aus sehen? Den Baum. Das Akkusativ-Objekt kann also vorne oder hinten oder in der Mitte stehen. Akkusativ. Vierter Fall, auch Wen- oder Was-Fall genannt. Folgt auf bestimmte Präpositionen. Folgt auf bestimmte Verben. Und kommt sehr häufig vor. Dieses Video ist von Lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, gib uns ein Like, schreibe etwas in die Kommentare und abonniere unseren Kanal. Viel Spaß beim Grammatik lernen. Mit dir. Bier. Ist das in der Mitte. Du hast in der Mitte. Auf women.